12. Mann der Fantalk Pressekonferenz Spezial wird präsentiert vom Fanwerk Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde zum 12. Mann der Fantalk Pressekonferenz Spezial am Donnerstagabend. Ja Freunde, was soll ich sagen? Heute Nachmittag hat Daniel Thun die Pressekonferenz abgehalten. Es gab so einige Fragen, gerade auch bezüglich der verletzten Spieler der Fortuna. Ja, sage und schreibe, wenn man richtig mitgezählt hat, wurden hier wirklich 13 Spieler genannt, die nicht einsatzfähig sind. Bei dem einen oder anderen ist es durchaus noch vorstellbar, dass es vielleicht bis Samstagabend doch noch hinhaut. Aber man sollte nicht zu fest mit ihnen rechnen. Ja, meine lieben Freunde, was können wir erwarten? Wir kriegen einen sehr, sehr starken Gegner nach Düsseldorf. Das ist nämlich Hansa Rostock. Und die Rostocker werden es uns auf jeden Fall nicht leicht machen. Das ist ja wohl ganz klar. Sie wollen in ihrer Seite selbst Punkte, im besten Fall drei Punkte mitnehmen aus Düsseldorf. Aber wir wollen natürlich alles dafür tun, diese drei Punkte zu Hause zu behalten. Ja Freunde, es wird leider nicht zu verhindern sein, dass auch Spieler aus der U23 quasi zu uns in die Mannschaft kommen. Wobei, wenn ich natürlich mal an Schinter Appelkamp denke, ich bin der Meinung, der ist selbst noch keine 23. Also von daher ist es ja gar nicht mal so schlimm. Nano Ampoma ist im Gespräch und Emanuel Eoa ebenfalls. Ja, wir bleiben sehr, sehr gespannt. Wir hoffen natürlich darauf, dass wirklich 25.000 Fans ins Stadion strömen. Und wir wollen natürlich unsere Fortuna komplett supporten, komplett unterstützen. Ja Freunde, bleibt spannend, was eventuell am Samstagabend passiert. Wir freuen uns drauf, für alle, die keinen Sky haben, hier nochmal ein ganz heißer Tipp von mir. Sport 1 überträgt, wie eigentlich schon seit einigen Jahren, das Top-Spiel des Spieltages um 20.30 Uhr im Free-TV. Ja meine lieben Freunde, wir bleiben gespannt und wir drücken unserer Fortuna ganz fest die Daumen. Und ja, wir sind gespannt, was wir dann am Ende des Spieltags hier berichten dürfen. Ob es dann ein Sieg geworden ist für die eine oder für die andere Seite. Oder ob man sich vielleicht auch mit einem Remis begnügt. Aber das hilft im Endeffekt keinen von den beiden Mannschaften. Und es geht hier wirklich auf einen offenen Schlagabtausch zu. Freunde, bleibt im Fußball gewogen, bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf bald, macht es gut, euer Jan.